Irgendwo haben wir doch diese Drecksbude mal gesehen. Wir waren in einem Restaurant. Wir haben mich wohl reinigen. In irgendeinem alten Restaurant an einer Straßenecke im Norden der Stadt. Ich markiere mal hier. Fliegen wir mal nach Alpha 1. Sie ist übel. Ich hab gar keinen Helm auf. Ich bin halt gelässig. Macht schon Spaß, finde ich. Finde ich schon geil. Ja. Ja. Ist ausbaufähig, also verbesserungsfähig, gepackt und alles. Aber sonst macht mir was richtig Spaß. Da musst du eine geile Vision reinbringen wollen. Man kommt ja noch so viele kleine Kriege und Mist und Zeug, was wir jetzt machen wollen. Aha. Ja. 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 Wir sind jetzt hier und mobben. ich hab mich noch nicht mal was machen und hat sich da lag habe ich noch genug munition anstecken ich hätte noch muss reichen wo wer und dann haben gesagt wie eine tüte wasser ja da wollte es nicht mehr gut geht doch eh noch nicht ne ich dachte auch was vor der Ecke, wo hier überall Munition für mich, geil ja, nehmen wir mit komm, Munition ran Anloat, Anloat Anloat ja, ich gloote wo hab ich ne Pantage? ja, natürlich nicht alter ist tot glaube ich oh, bei mir pfeift es jetzt hier ich hab eine ins Ohr gekriegt oder einen Kopf ja, achso ja, ja light, voll in den Kopf rein light bleeding da macht er sich wie er sich hier sachte zusammennäht die werden bestimmt gleich pushen hier, oder? die Hainies die hat mir voll an den Kopf geschossen in den Helm das Arschloch, alter der ist zu Dreck wo abbinden, aber wie ey, ich hab die Blutung gestoppt, alter was ist denn das? brauchst du eine Bandage? hier hast du ihn? freilich genug da wie zu sein da geil, danke wenn ich nichts habe aber Bandage habt ok ich glaube hier drüben sah schon aus aber ne, das war ja an der straßen auch einer ist da noch der hat mir grad im Kopf geschossen oh ja genau der der ist so, jetzt hat übelst gepfiffen hat er so wie so wie ein Tinnitus hier ist das hier? alter warte mal, hab ich hier hier warte mal hast du? na klar alter ne, krass ist noch genau der richtige schüttel hahaha gibt's doch nicht doch aber was gibt's hier, alter ein scheißhaus Bandagen kannst du nehmen, ich hab noch weh geil ich glaube, was muss ich hier geben ja, irgendwie nichts leber leber kürtel das ist aber hier so eine Art Medizin ja ja, Medizin Doktor Büro hä, das das completed? was? das, kürzer? doch search for the missing supplies in the nearby town das ist das das ist der Büro wo ist denn das? ja, aber wo ist denn das? wo hast du Glück? hier hinten in den Raum ist rein ach, hier? ja ah, jetzt hat's blieb blieb gemacht, ja ja genau ah hier muss ich ganz einsacken doch hier ich hab noch nicht mal Platz Doktor's Diary wie groß ist denn das? äh, links ok gleich mal saven das Ding hier geil oh, da hat man das noch ach, genau, da ruhig ein bisschen geil hahaha das ist ja geil das ist ja so klappt's herrlich boah, hier der Wichser wo ist denn der? wo ist denn der? das ist mal durch die Türe der ist ja irgendwo hier draußen hä, es geht nur noch durch die Fenster doch, der hat eine Grundflinte, Alter 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 jetzt umgefallen ich hab durchs Fenster gejaucht wie ein Wahnsinniger ey, so guck mal hier es geht nicht halb mehr drin ach, die ist noch drin hätte man ja öffnen können bei mir ging gar nichts durch ich bin raus und gleich links rum äh, rechts rum ach ja der hat, der hat in der Weile gedauert, finde ich hier das Arschloch hier der hat für mich jetzt eine 20 Kugel gekostet aber der hat ja neue mit Anloat, Anloat, danke Reicht die die nur, da Bastard hier doch willst du einen Schlittel haben? warum? da sind wir hier oben drin ah ok in seinem scheiß Hucksack in seinem hässlichen da hätten wir uns dann gefunden schon ja ich find's da eigentlich schon was haue ich denn hier raus jucken ach ja painkiller gibt es auch mass jungen wir kennen keinen schmerz sagen wir liegen gleich dort in der ecke das tut aber nicht weh das geht schnell ist ein magazin drinnen nektar drinnen alles da was das hat mehr wie genug fresse und saufe ich war schon wieder auf max wenn es ja level geben würde ja das ist auch kein restaurant hier aber vielleicht das an einer straßenecke man kommt man nicht rein ist die gaspul eigentlich hoch das wäre geil gewesen ist das hier ein restaurant mit diesen komischen schnecken symbolen das sieht so aus ja ok das hier scheint es zu sein ja das sieht aus wie ein restaurant das ist ja das ist jetzt müssen wir hier suchen wahrscheinlich wieder nach irgendetwas intelligence mäßigen frage mich nicht hau du schießt rüber ja immer hier war doch gerade was nach sportback hier geht die treppe hoch ach ja intelligent folger na bitte ok easy peasy brauchen wir noch platz das war einfach jetzt können wir direkt zurück und zwei auf alpha eins ja die straße hoch das ist der kürzeste weg wir fahren bloß da zurück wenn wir gekommen sind ich dachte das war einer von uns weil das so auch das noch einer ich habe genug munition dahinten steht noch einer hauen ab ja muss ich mal weg können ja 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 das ist so geil unsere schäfer ins trock getrunken vor allem ruckelfrei also 90 fps immer hier 90 ja 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 das ist wenig das läuft jetzt tadellos also ja ich habe 70 grad das ist aber auch ok das reicht aber auch das dürfte sich könnte besser sein aber ja geht schon ein bisschen so aufs auge aber so ist es schon ok jetzt läuft es auf alle fälle besser wie von uns es gibt nicht mehr so viel drin und reinig alle schon wieder aufgegeben und das spiel installiert ja ich finde es geil aber du warst auch kurz davor schon wieder schon wieder abzubringen ja wirklich es heißt wirf erro ekar und dann verlierst du immer das ganze zeug und das ist doch sinnlos sowas wenn er erro kann dann passieren aber nicht dass das zeug weg ist dann dann sollen sie mich dort starten lassen wo es wo der erro war mhm abflug 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 ärger doch heb ich abflug abflug jetzt gebaut und keine sau nutzt ach ich wusste die supply box du musst die boxen kurven tor oder platz im inventar also das geht auf den zünder dimension ok reingekommen der frauen jetzt gleich geht bei multicam hat sie um an und neue handschuhe kann weg ein schirm die mechaniker handschuhe schwarzen und neue hosen auch noch hat die hier multicam geil ich hoffe ich kann den rucksack ich habe gerade ich kriege andere und welche nicht mehr ist voll der rammel jetzt kannst du in so eine komische box rein tun da ist bloß noch ein slot groß wie ist denn das ding schau mal das habe ich doch vor uns gehabt hier wo ist denn das vor allen dingen äh ich bin toll oder was ach hier mfuck ach da mfuck ach ok das hatte ich das hatte ich doch vor mir auch in den rucksack angebastelt mfuck ist geil ist ich will dass wir ruck mfuck und wir kommt noch so dann und Bis zum nächsten Mal.